Zuerst ein paar kleine Tipps. Können wir bitte zuerst von kundelein-taxisch anfangen? Ich würde ja alle dieser Einsätze sehr beklagen können. Das ist zum Beispiel die Kunstbasis, wo man kundelein-taxisch macht, dann erste Geige, zwei Jahre zu spät, sieben und hachzig. Ja, jede zweite Geige, jede Instrumente da. Erste. Erste. Können wir das ganz gut spielen, wie gesagt, und ein und hachzig. Das ist so. Das war wunderbar. Die Orbe und das ist so. Die dritte Geige wird ein bisschen klarer. Das war wunderbar. Sonst wunderbar. Sonst wunderbar. Sonst wunderbar. Sonst wunderbar. Sonst wunderbar.